Der Volkswagen, ein Auto für jedermann. Der Porsche, das Fahrzeug der Eliten. Volkswagen, ein Riesenkonzern. Porsche, ein kleinerer Betrieb, der ab 2008 versucht, den Großen zu schlucken. Volkswagen wird angegriffen und soll übernommen werden. Von der kleinen Edelmarke. Tausende fürchten um ihren Arbeitsplatz. Deutschland hält den Atem an. Es tobt ein Wirtschaftskrieg. Das Duell zwischen Porsche und Volkswagen. Der David gegen den Goliath. 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 Vielen Dank.